guten morgen ich will mir jetzt mit meinem handy es ist samstagmorgen und es ist ein wunderschöner morgen gleich 7 uhr die sonne geht auf und nichts los und ich und mein freund gehen gleich zum frühstücken und danach gehen wir ein bisschen einkaufen wenn man nicht so viel los ist ist das nicht schön dass du komm mal frühstück jetzt frühstücken wir mit brühe ein zwiebelgeruch der die haare gestanden und brötchen dickelbrötchen ich bin das dickelbrötchen frischkäse mit marmelade so zwei pfund wenn man da ranzoomt ist es groß angebissen brötchen angebissene marmelade und so und hier das sieht man gar nicht so in dem ding was beschlagen ist